Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Ein herzliches Hallo und Willkommen beim Tele-Stammtisch. Ich bin der Manuel und an meiner Seite habe ich heute den lieben David. Hi. Hallo, Manuel. Ja, wir besprechen heute die Serie One Trillion Dollar und wie man es vielleicht vermuten könnte, würde ich dich gerne einmal fragen oder dir eröffnen, dass wir einen Brief bekommen haben mit einem Testament und in dem steht, dass du 80.000 Euro geerbt hast. Schön. Ja, das sind ja nur 20.000 Dollar mehr oder Euro mehr als das Grunderbe, das in Deutschland diskutiert wird, was die Users ja gerne hätten, dass jeder ab 18 dann ein fixes Grunderbe von 60.000 Euro kriegen soll. Was würde ich mich 80.000 Euro machen? Also klar, abweisen würde man sowas glaube ich nie. Also wenn man es kriegen kann, warum nicht? Kommt natürlich dann wieder darauf an, man ärgert sich, dass man dann, na wobei, es ist ja noch unter dem Freibetrag, also darf man es auch glaube ich annehmen. Kommt natürlich immer darauf an, von wem man das Geld kriegt. Aber ja klar, ich sag mal für so eine Anzahlung, für ein Häuschen oder sowas kann man das immer nutzen. Aber findest du nicht komisch? Ich weiß nicht, deine familien Umstände, hast du noch Eltern oder Erben und wo das Erbe herkommt, wäre jetzt für dich ganz kein Problem? Das wäre natürlich schon spannend herauszufinden. Das sind ja dann schon so Fragen, so warum ich, hä und wie kamen die auf mich? Und gleich so viel Geld, da wird man dann schon, also wenn es natürlich so eine E-Mail ist, nigerianischer Prinz, dann wäre ich glaube ich ein bisschen herrlhörig. Ja, aber wenn das tatsächlich, wenn da einer an meine Tür klopft und sich als echter Notar ausgibt und dann ist das vielleicht auch einer hier aus der Stadt, den ich kenne, ja dann irgendwann würde ich das wahrscheinlich doch annehmen. Ich würde es riskieren. Okay, du hast natürlich Glück, dass du das jetzt schon mal annimmst, denn es geht gar nicht um 80.000 Euro oder Dollar, sondern um eine Milliarde, äh, guck, jetzt bin ich auch schon an dem, um tausend Milliarden Dollar, nämlich um eine Trillion Dollar. Und so oder so ähnlich ist der, beginnt es in dem Buch von Andreas Eschbach, die nämlich die Grundlage von dieser Serie ist. Im Englischen, das ist ein bisschen verwirrend, im Englischen One Trillion Dollar, im Deutschen ist es dann eine Billion Dollar. Ähm, kurze Eckdaten ist, dass die Serie eine Miniserie ist, äh, mit einer deutschen Produktion von sechs Folgen, die ungefähr 50 Minuten lang dauern und ab dem 23.11. auf dem Sender Paramount Plus dann zu Streaming sein werden. Und, äh, wir haben dort Regie geführt von Florian Baxmeier und Isabella, Entschuldigung, Isabel Brack. Die haben einige Tatorte, drei Fragezeichenfilme gemacht, ähm, noch ein paar andere Fernsehfilme und tatsächlich auch eine Oscar-Nominierung für einen Kurzfilm, Die Rote Jacke, wie ich gesehen habe. Sagte mir leider nichts. Mir auch nicht. Na gut. Ähm, und das Drehbuch wurde geschrieben von Stefan Holz und Florian Iversen, die auch im Grunde sehr viel Fernseherfahrung haben, würde ich sagen. Und, ja, willst du uns zuerst einmal erzählen, worum es denn genauer jetzt in der Serie gehen wird? Ja, das kann ich gerne tun. Es ist, ja, die Grundprämisse ist ähnlich, wie du es mir gerade gestellt hast. Es gibt den lieben John, er ist Fahrradkurier in Berlin und dann klopft ein Notar an seine Tür und sagt, er hätte was geerbt. Und er kann es erst einmal gar nicht glauben, weil sie ja wohl keine Eltern mehr haben und auch so kaum noch Verwandtschaft. Er hat nur noch seinen Bruder und seine Schwägerin. Aber er ist eh ständig klamm, also denkt er sich nichts dabei und fährt eben zu diesem Notar und lässt sich überraschen. Und auf einmal merkt er, oh, er wird eingeladen, wird mit dem Privatjet dann nach Italien geflogen. Und dort erfährt er dann eben, dass er tatsächlich eine Billion Dollar, ich meine jetzt die deutsche Billion Dollar, geerbt hat. Und zwar hat man vor langer, langer Zeit, im Jahre, also vor 500 Jahren, ein Equivalent von ungefähr 10.000 Dollar angelegt und durch Zins und Zinseszins über diese 500 Jahre ist das eben angewachsen auf eine Billion Dollar. Aber dieses Erbe ist damit verknüpft oder es gibt eine Prophezeiung zu dem Erbe, dass derjenige, der das eben nach 500 Jahren erbt, damit mit dieser Summe Geld die Welt rettet. So, das ist die Prophezeiung, die ihm mitgegeben wird. Es ist so ein bisschen auch als Aufgabe für ihn, für John zu verstehen. Und das, damit hat er jetzt erstmal umzugehen und es geht darum, nimmt er das Erbe A überhaupt an und B, wenn er es annimmt, was macht er daraus? Ja, das ist so die Grundhandlung. Genau, und wie ist jetzt eigentlich so der insgesamte Plan dann vielleicht die Welt zu retten oder wie kommt auch überhaupt die Person, die vorher, kein Tellerwäsche, aber Pizza-Ausfahrer gewesen ist oder so oder Kurier in dem Fall, ja, dazu das überhaupt zu handeln. Ich habe einfach mal ein paar Fakten draus geschrieben, noch kurz, um sich vielleicht so ein bisschen vorstellen zu können, wie viel eine Trilliarde Dollar ist. Da wurden auch so ein paar Sachen in der Serie genannt, die will ich gar nicht vorwegnehmen, weil ich die eigentlich ganz lustig fand. Die kommen dann wahrscheinlich auch aus der Buchvorlage. Aber zum Beispiel, wenn man ein Dollarscheine übereinander stapeln würde und dass man eben eine Billion Dollar erreicht, dann hatte man einen Stapel von 100.000 Kilometer weit in den Weltraum. Die Entfernung zum Mond ist 380.000 Kilometer, da wäre man aber schon ein Viertel quasi am Mond. Und im Liegen würden die ganzen Scheine viermal um die Erde reichen. Und wenn man jede Sekunde einen Dollar zählen würde, bräuchte man 32.000 Jahre, um eine Million zu erreichen. Also alleine von den Zahlen schon mal sehr viel. Und was es auch dann für eine finanzielle Macht irgendwie darstellen kann. Und ja, ob es irgendwie überhaupt sinnvoll ist, dass eine Person so viel Macht haben kann, sieht man, wenn man euch so ein bisschen vielleicht Bruttosozialprodukte oder Bruttoinlandsprodukte anguckt. Von der USA ist es jetzt, okay, 25 Trillionen, da ist es dann doch noch tatsächlich ein bisschen mehr. Aber von Deutschland letztes Jahr sind es irgendwie 3,9 Billionen. Von Europa, ganz Europa sind es 16 Billionen. Und ungefähr das Bruttoinlandsprodukt von Kanada, Australien und Südkorea kombiniert, da kommt man dann so auf eine Trilliarde. Also es ist einfach sehr viel Geld. Ich mag sowas ja, wenn es um so viel Geld gibt. Ich weiß nicht, ob sich einer noch an diesen alten Film mit Richard Pryor erinnern kann. Zum Teufel mit den Kohlen heißt er auf Deutsch. Da geht es ja auch darum, dass Richard Pryor, der spielt auch den Montgomery Brewster, 30 Millionen Dollar erbt auf einmal. Beziehungsweise er erbt 300 Millionen Dollar und kriegt aber diese 300 Millionen Dollar nur, wenn er innerhalb von einem Monat 30 Millionen ausgibt, ohne dass er was dabei verdient. Ah. Ich weiß nicht, ob den Film schon mal jemand gesehen hat. Das ist so eine kleine Komödie, auch mit John Candy. Und da haben sie auf Paletten quasi das Geld dargestellt, wo er dann immer in den Safe läuft und das Geld wegnimmt. Und für mich als Kind war das wirklich so eine unsagbar große Summe Geld. 30 Millionen Dollar, die er auf vier Paletten hatte und immer ausgeben musste. Ja, wenn ich mir da vorstelle, wie viel dann eine Billion dann erst ist, das ist schon witzig. Ja, im Grunde gar nicht mehr wirklich vorstellbar, ne? Ja, nee. Ja, nun ist das ja eine Vorlage von Andreas Eschbach und vielleicht einmal kurz überhaupt, wie wir zu Eschbach stehen. Also ich für mich selber habe ein paar, sogar sehr viele seiner Bücher eigentlich gelesen tatsächlich. Beispielsweise NSA fand ich ein sehr interessantes Buch, eins der besten, muss ich sagen, fand ich dann doch tatsächlich das Jesus-Video, glaube ich. Da gibt es ja mittlerweile auch zwei Teile. Eines der neueren ist, eines Menschen Flügel, der schlauste Mann der Welt und der hat sehr viele geschrieben. Und das Buch jetzt ist ja auch sehr, wie es typisch ist, relativ lang, sage ich jetzt mal, ungefähr 900 Seiten. Das Audiobuch 29 Stunden. Also das ist schon ein ordentlicher Wämser. Direkt zwei Fragen an dich. Das eine, wie stehst du zu Eschbach und hast überhaupt das Buch gelesen? Also ich habe es gelesen, schon eine Weile her bei mir, aber ich habe es jetzt nochmal ein bisschen nachgeholt. Und das zweite, vielleicht können wir so einsteigen, wie findest du, hat es die Serie geschafft, den ganzen Umfang dieses Buches vielleicht so rüberzubringen und zu komprimieren? Also ich bin auch ein regelmäßiger Eschbach-Leser gewesen, gerade so Anfang der 2000er, Ende der 90er und dann so bis in die 2010er rein, habe ich fast jedes Buch von ihm gelesen. Ich habe auch, glaube ich, mit Jesus-Video angefangen und das hat mir damals auch so, so gut gefallen, dass ich dann viele seiner Bücher nachgeholt habe, also auch Solarstation, Kelvitzstern und Quest. Und dann habe ich dann jedes Mal, sobald eine Neuerscheinung von ihm rauskam, habe ich es mir direkt bestellt und auch gelesen und unter anderem eben auch eine Billion Dollar. Und ich habe das Buch eine Billion Dollar damals wirklich verschlungen, weil mich hat das einfach fasziniert von der Summe her. Also dieses Geld, das konnte man sich tatsächlich nicht vorstellen und da gibt es ja auch so einen Kniff in dem Buch, dass unten anfangs die Seitenzahlen dann auch in Millionen angegeben worden sind oder in Millionen Dollar und man hatte dann gleichzeitig dann noch, hat er dann hingeschrieben, was man mit dieser Summe Geld machen könnte. Also welche Firma könnte man da kaufen oder welches Bruttoinlandsprodukt eines Landes ist diese Summe, bis man eben bei dieser einen Billion angekommen ist. Ich fand das damals so toll. Das ist tatsächlich stark. Das habe ich leider nur gelesen, weil ich es damals tatsächlich auch schon als Hörbuch gehört habe und solche Sachen entgehen einem dann ja leider doch. Ja, also ich fand das ein super Kniff damals und das hat dann auch dazu geführt, dass man einfach auch dran blieb, weil man einfach wissen wollte, was die Seitenzahl gerade bedeutet. Das war echt schön. Kann die Serie mithalten bzw. ist es gut umgesetzt worden? Da sage ich jetzt mal, das ist schwierig, weil das Buch erschien ja 2001. Und 2001 war eine Billion Dollar einfach nochmal wuchtiger, als es das heute ist. Denn 2001 gab es nach Aktienwert, gab es keine Firma, die eine Billion Dollar wert war. Jetzt haben wir ja mehrere Firmen, die über eine Billion Dollar Bewertung haben. Also Apple alleine kostet ja, wenn man das kaufen würde, drei Billionen Dollar. Microsoft ist glaube ich gerade dabei, Apple wieder einzuholen, weil Apple so einen kleinen Durchhänger hat. Und dann folgen ja noch mehrere Firmen, die auch alle eine Bewertung von über eine Billion Dollar haben. Das gab es aber 2001 nicht. Das heißt, da ist die Ausgangslage des Buches schon eine ganz andere. Das heißt, er hätte von jetzt auf gleich einfach mal die wertvollsten Unternehmen der Welt kaufen können. Das konnte der John aus der Serie eben nicht. Insofern spielen sie mit diesen Gedanken auch erst gar nicht, weil sie wissen, dass das einfach unrealistisch ist zu heutigen Zeiten. Und dadurch hat natürlich die Serie schon ein bisschen an Kraft verloren. Ich habe mich dann eigentlich immer gefragt, okay, warum haben sie denn nicht das Erbe, die Summe des Erbes nach oben gesetzt, um dann so die gleiche Wirkung entfalten zu können, so wie wir das im Buch haben. Denn im Buch ist die Summe einfach wirklich gigantisch und sie ist jetzt eben durch die Zeit, durch Inflation quasi schon geschrumpft. Und das hätten sie gerne von mir aus in der Serie ausgleichen dürfen. Aber das haben sie nicht gemacht und dadurch wirkt sie auf mich deutlich schwächer. Ja, da war auch eine Frage, die ich mir sehr schnell gestellt habe tatsächlich, weil das, ja, also ganz kurz zur Korrektur. Ich glaube, das Buch ist 2002 erschienen. Nicht, dass uns hier jemand in den Kommentaren noch irgendwelche, also wir wissen es. Und das spielt dann aber auch 1995, also quasi noch weiter zurück. Das heißt mittlerweile ja, also 30 Jahre. Und das heißt, das ist schon wirklich ein immenser Unterschied. Da habe ich jetzt keine Zahlen draus gesucht. Aber durch Inflation hätte man sicherlich wahrscheinlich nochmal die eine Million Dollar deutlich anheben müssen, um das jetzt vielleicht ähnlich wuchtig, um auch, wie du schon sagst, mit den ganzen Tech-Firmen und so weiter, die ja so viel wert sind mittlerweile, da quasi noch ein größeres Instrument an der Hand zu haben, um dieses Geld berg. Aber ich glaube, auf der anderen Seite kann man sich das eh fast nicht vorstellen. Und es gibt dann in der Serie, so wie im Buch, diese Parallele, dass er holt sich ja einen, er hat ja im Grunde keine Ahnung davon, wie man so viel Geld überhaupt investiert oder handeln kann. Und holt sich dann ja einen Berater an seiner Seite, der in der Serie gespielt von Oliver Masucci, McCain. Ich glaube, auf den müssen wir hier auch nochmal eingehen später. Aber er handelt das Ganze dann. Also was ich immer witzig fand an der ganzen Prämisse ist ja, man sagt ja immer, das Übel der Welt sei ja das Geld quasi. Und dann gleichzeitig aber zu sagen, okay, aber hier hast du eine Menge, Menge, Menge Geld. Und damit sollst du die Welt auf einmal retten. Das fand ich immer spannend, zu sagen, okay, die Ursache eigentlich allen Übels soll auf einmal als Heilsbringer eingebunden werden, um es wieder gut zu machen. Und das hat mich immer interessiert, okay, wie schreibt das Eschbach oder wie machen das die Serienmacher, damit das überhaupt klappt. Weil eigentlich dachte ich immer, okay, eigentlich müsste man das Geld einfach abschaffen und wir hätten die Probleme nicht mehr ähnlich wie bei Star Trek quasi, dass wir in einen Zustand geraten, wo es nicht mehr um Geld geht. Ich dachte, da wird Eschbach, weil er ja auch ein sehr guter Science-Fiction-Autor ist und so hat er ja auch angefangen, dass er es so eventuell macht, aber so hat er es nicht gemacht, weder im Buch als auch nicht in der Serie. Ja, und dennoch fand ich, dass in dem Buch sehr viel mehr noch so darauf eingegeben wird, okay, was ist überhaupt der Prozess, den jetzt unser Hauptprotagonist John durchläuft, all den Gedankengängen, okay, was kann ich eigentlich mit dem Geld machen und was wäre vielleicht sinnvoll und was nicht. Und das dauert dann im Buch irgendwie 400 Seiten lang oder mehr, ich weiß es nicht. Wohingegen hier in der Serie, das ist so, was mir am Anfang direkt aufgefallen ist, das Tempo ist enorm hoch und es wird sich gar keine Zeit gelassen, wirklich solche fundamentalen Fragen jetzt irgendwie groß aufzuarbeiten. Da kommt dann eben, wo ich gerade meinen Faden verloren habe, der neue Investmentberater rein und dann ist eigentlich relativ klar, was seine Strategie ist und was jetzt der Plan im Grunde sein wird, wo in dem Buch doch noch ein bisschen mehr, denke ich, Zeit darauf verwendet wird, was man da alles machen kann. Und hier sind es dann eher, finde ich, noch so die Gegenspieler, die dann ja fast schon Thriller-artig im Grunde hier agieren und eine Bedrohung darstellen, was vielleicht in der Vorlage des Buches deutlich später erst gegen Ende des Buches tatsächlich zum Tragen kommen wird. Ich wollte nur kurz eine Parallele ziehen, dass sowohl im Buch als auch in der Serie die Idee von dem neuen Investment, also von McCain, ist, dass man gar kein ganzes Unternehmen kaufen muss, sondern dass es eben schlau ist, wenn man, ich sage jetzt mal, keine Ahnung, 10% Anteile kauft von einem Unternehmen und dadurch aber es so eine Marktmacht darstellt und den Anlegern und so weiter zeigt, wozu man in der Lage ist, dass das ausreichen kann, um mehr zu bewegen, als hätte man, keine Ahnung, fast die Hälfte des Unternehmens an Anteilen oder so. Das war, glaube ich, in beiden tatsächlich relativ ähnlich, aber natürlich in der Serie einfach nochmal deutlich wichtiger, ne? Ja, weil sie da auch gar keine andere Möglichkeit hatten. Genau. Und jetzt habe ich ja schon ein bisschen gesagt, okay, die Serie spielt im Grunde eben jetzt. Das heißt, die ganze Serie ist deutlich modernisierter. Wir haben jetzt keinen, ja, Pizzalieferanten mehr, der aus New York kommt, sondern natürlich den hippen Berliner Fahrradkurier und so. Und es gibt einige Entscheidungen über, ich sage jetzt mal, Veränderungen, Figuren, die weggelassen wurden, Figuren, die hinzugefügt wurden. Und im Rahmen der Dramaturgie, wie einfach eine Serie funktioniert im Vergleich zu einem Buch, muss ich sagen, fand ich viele Sachen da sehr okay und kann nicht nachvollziehen. Andere Sachen finde ich da teilweise ein bisschen schwieriger. Ja, also ich fand es halt spannend, dass sie nur in Anführungsstrichen sechs Folgen machen. Also da war ich total überrascht. Ich dachte, sie hätte mehr Folgen. Und dadurch wirkt sie wirklich sehr, sehr stark gestrafft. Wie du schon sagst, es fällt viel weg aus dem Buch. Es wird vieles vereinfacht. Und es ist aber ähnlich wie beim Buch, dass manche Dinge einfach trotzdem dann sehr lange auf mich Entwicklungszeit irgendwie hatten oder man so auch wieder um den heißen Brei rumgeredet hat oder wieder so Nebenquests aufgemacht hat. Und dann die wirklich wichtigen Fragen dann tatsächlich wieder nur in den letzten zwei oder sogar erst in der letzten Folge behandelt worden sind. Das fand ich sehr schade. Ja, weil zwischenzeitlich dann doch viel damit passiert, okay, was ist jetzt eigentlich, es werden ja eine Reihe von Gegenspielern aufgemacht. Und sind diese Gegenspieler jetzt, wo kommen die her? Was sind deren Beweggründe? Wie versuchen gewisse Personen jetzt irgendwie an das Geld zu kommen? Und wie gesagt, ich sage immer, es ist so ein Finanzthriller einfach, aber es hat nicht mehr diesen Kern oder die Seele für mich, die das Buch hatte, was so eine gewisse, zum einen fühlt es auf mich immer sehr erhaben an, auch weil es ja alles in Italien spielt. Und er verbringt sehr viel mehr Zeit in Italien im Buch, was in der Serie eigentlich fast, also sehr wenig passiert, fast gar nicht. Da ist er eigentlich eher in Berlin, wo dann ja auch sein Headquarter hin verlegt wird oder eben in der Welt unterwegs. Und das ist alles ein bisschen trotz der Trillionen oder Billionen bodenständiger und ein bisschen zurück, wie sagt man, zurückgetretener einfach und überlegter. Überlegter, als es in der Serie der Fall ist. Und ich frage mich, ist das eine Sache, die jetzt notwendig ist, um die Serie schaubar zu machen? Würde ich mich langweilen, wenn es vielleicht so wäre wie im Buch, weil die Serie ist schon, ich würde sagen, spannend und mitreißend, aber sie ist eben nicht unbedingt wie das Buch. Und da weiß ich nicht, hätte ich mir eher was gewünscht, was wie das Buch ist, aber ob das funktioniert hätte auf einem größeren Publikum, was vielleicht das Buch auch gar nicht kennt, ist eben immer die Frage. Ja, wenn du ja schon, du hast ja nochmal gesagt, das Buch wurde ja 2002 geschrieben oder 2001 geschrieben, aber spielt 1995. Ich meine, wenn es da ja eh einen Zeitsprung gibt, warum haben sie das dann nicht auch in der Serie gemacht? Wahrscheinlich hatten sie Angst, dass man dem Publikum, das man erreichen will, zu viel erklären muss, wie es früher war quasi. Das kann ich mir vorstellen, aber es ist mir tatsächlich dann einen Ticken zu modern einfach oder sie hätten tatsächlich einfach die Summe anpassen sollen. Wir können ja auch gerne mal über den Haupt, den Helden, den tragischen Helden sprechen, John, einmal im Buch und einmal in der Serie, wie er uns so gefallen hat. Also ich muss zugeben, ich fand John, gespielt von Philipp François oder wie man auch immer es ausspricht, ein deutscher Schauspieler, ich fand den total, gerade in den ersten Folgen, total ätzend. Ich mochte den gar nicht. Also der wirkte auf mich total deplatziert, auch als Erbe. Weil ich hatte in dem Buch John noch so einigermaßen sympathisch in Erinnerung oder ein bisschen realistischer in Erinnerung, als jemanden, der gerade überraschend feststellt, dass er eine Billion Dollar geerbt hat. Und John aus der Serie war mir zu drüber. Aber wenn man weiß, es hat nur sechs Folgen, dann muss er natürlich auch all seine Gefühlswelt, seine komplette Gefühlswelt da reinpressen und hat nicht viel Zeit, sich großartig zu entfalten und Zwischentöne einzubauen. Das verstehe ich dann schon auch, aber es war mir teilweise einfach too much. Ja, da bin ich ganz auf deiner Seite. Also ich hatte mir, ich konnte nicht so wirklich connecten mit dem John aus der Serie, muss ich sagen. Ich habe nicht so richtig, er hat alles war immer sehr schnell, schnelle Entscheidungen getroffen und eine extrem schnelle Entwicklung irgendwie auch durchgemacht. Und manchmal aber dann auf einmal schon irgendwelche Ideen im Kopf und es gibt ja wie gesagt auch andere Anwärter auf das Erbe. Da gab es so eine Szene mit diesem Autounfall von Lorenzo, wo er da auf einmal super schnell irgendwelche Leute auch trifft oder auch das Verhältnis von ihm und dem Erbenverwalter, dem quasi Großvater des Erbverwaltergeschlechts der Geschichte im Moment, ist ganz anders als im Buch. Also in der Serie mag der Erbverwalter John im Grunde gar nicht und in dem Buch ist das eigentlich ganz genau das Gegenteil, weil er eben an die Vision denkt und an die Prophezeiung glaubt und egal was John im Grunde macht, kann man natürlich auch in Frage stellen, was sinnvoll ist. Aber er glaubt daran, dass er das Richtige tun wird und hat dadurch auch eben so ein Vertrauen in ihn, was er auch ausstrahlt. Und das fühlt man alles, finde ich, nicht in der Serie und dann noch die, wie du schon sagst, Schwierigkeiten mit dem Schauspieler oder dem Charakter nicht so richtig connecten zu können, war bei mir auch der Fall. Und leider ist das dann bei mir, weil ich glaube bei dir auch das Problem gewesen, bei Oliver Masucci, der ist wie gesagt in der Rolle des McCain, der den Investmentverwalter spielt, von dem John quasi dann engagiert in seiner Firma. Und also ich weiß nicht, was sie da geritten hat und Oliver Masucci macht es wahrscheinlich einfach genau so, wie es eben von den Regisseuren dann gewollt war und dementsprechend wahrscheinlich gut. Aber was sie aus dem Charakter gemacht haben, ich habe mir nur gedacht, was ist hier los? Ja, das sollte wahrscheinlich so ein bisschen an The Big Short erinnern, aber es wirkte so tatsächlich, als machen sie auf einmal irgendwie so einen Marvel-Film, als hätten sie so eine Comic-Figur da reingesetzt, so ein Übermenschen, also das war so plakativ teilweise. Ja, da habe ich mir so ein bisschen wieder gedacht, da kommt jetzt wieder so ein bisschen das typisch Deutsche irgendwie durch, man will jetzt so hip sein und cool sein und macht jetzt so einen komischen Charakter rein, der einfach anders ist, aus Gründen, die, keine Ahnung, einfach gar keinen Sinn ergeben, auch wie Handlung oder so. Da wird auch dann nichts erklärt, der verhält sich einfach super merkwürdig, ist die ganze Zeit cringe und ich weiß einfach nicht, was das soll, das war einfach mega ablenkend und das kann Oliver Masucci gut gemacht haben, aber war, fand ich, überhaupt nicht in Ordnung oder hat mir nicht zugesagt. Ja, also ich fand es ganz witzig, irgendwie kurz seine Einführung, aber dann hat es nur noch genervt, aber dann gegen Ende, also ich weiß nicht, der Schluss mit ihm, der hat mir tatsächlich dann wieder gefallen, davon hätte ich tatsächlich viel, viel mehr gerne gesehen, so in dieser Ernste, er wird ja dann gegen Ende ja schon etwas ernster, er ist ja immer irgendwie ernst, aber da ist er so richtig überzeugend ernst und das, den hätte ich gerne die ganze Zeit gesehen gehabt. Ja, weil das ist ja auch der Punkt, wo man als Zuschauer dann tatsächlich so ein bisschen ins Nachdenken kommt, wo man sich denkt, okay, wer hat jetzt recht, also welcher Weg ist tatsächlich jetzt der richtige, weil er das dann so gut spielt, dass man wirklich nicht weiß, wen kann man jetzt glauben oder wer hat wirklich jetzt im Sinn, die Welt retten zu wollen. Aber da dadurch, aber am Anfang ist er halt so komisch eingeführt, dass man den halt null bis gar nicht ernst nimmt. Ja, genau und wie du da sagst, später hat man dann, ist das Ernstnehmen, glaube ich, der wichtige Punkt, dass man ja einfach ein bisschen ernster nehmen kann, was er überhaupt für eine Rolle hat, was er für ein Ziel hat und dass er auch in der Lage ist, das überhaupt umzusetzen. Dieses Gefühl hatte ich am Anfang, muss ich sagen, überhaupt nicht. Genau, ansonsten gab es dann noch eine neue Rolle, glaube ich. Ich glaube, die Franka ist eine neue Rolle, die reingeschrieben wurde und so ein bisschen aus dem Buch was kombiniert, was andere Personen waren. Aber ich sage jetzt mal natürlich ein weiblicher Gegenpart, der natürlich in einer Fernsehserie nicht fehlen darf und gut funktioniert. Ja, hat für mich funktioniert, muss ich sagen, fand ich okay und da kann ich verstehen, dass sie hat das auch, fand ich, sehr gut gemacht. Sie hat mir, glaube ich, fast mit am besten gefallen, muss ich sagen. Die Alessandra Mastronadi, Entschuldigung, und genau, das hat mir gut gefallen und das kann ich verstehen, dass im Rahmen der einfach Dramaturgie das funktioniert, oder? Ja, also die Franka hat da gut reingepasst, so in dieses Setting. Mir war das dann wieder so ein bisschen too much, dass sie dann versuchen, da auch so ein Love Interest rauszumachen. Das hätte sie nicht gebraucht, das hätte John auch nicht gebraucht, weil das wertet sie auch wieder wie so ein bisschen so ab, also in meinen Augen. Und das ja auch einfach nur, also es war jetzt nicht viel, das war ein, zwei Szenen oder so, da hätte man es auch weglassen können. Ja, eben, also an sich entsteht ja da nicht richtig irgendwie was draus, aber sie hätten anders zeigen können, dass sie sich gegenseitig irgendwie wichtig sind. Sie scheint ja an die Prophezeiung zu glauben und sie auch umsetzen zu wollen und man hätte einfach zeigen können, dass sie Best Buddies sind. Man hätte da jetzt nicht noch kurz irgendwie so eine Liebelei andeuten müssen, weil sie das, ich fand, das hat sie später oder den Charakter später geschwächt, wenn es dann darum ging, Entscheidungen zu treffen. Und da war sie dann halt auch auf einmal nicht mehr so badass, da war sie dann auch wieder so die arme Frau, die an ihren Freund denkt. Ja, ja, das stimmt. Gut, ich würde sagen, wir gehen nochmal aufs Ende ein, ohne zu spoilern. Ich glaube, das können wir ganz gut machen eigentlich, denn das Ende im Buch, es gibt gewisse Ähnlichkeiten, wie sich gewisse Konstellationen zu Figuren entwickeln und verhalten und da ist eigentlich, soweit ich mich jetzt erinnern kann, relativ viel übernommen aus eben der literarischen Vorlage. Und dann gibt es jetzt gegen Ende ein relativ abruptes Ende, würde ich jetzt mal sagen, in der Serie. Ich habe mich relativ lange noch so gefragt, okay, wie bringen sie das jetzt eigentlich noch in der kurzen Zeit, obwohl die Serie schon so schnell ist, zum Schluss. Aber das passiert dann doch relativ abrupt und das passiert in der Buchvorlage auch relativ abrupt und auch ein bisschen, ja, vielleicht kontrovers, aber es ist auf jeden Fall deutlich anders. Welches Ende hat dir besser gefallen? Auf jeden Fall das vom Buch. Man denkt da einfach noch viel länger drüber nach, also beim Buch. Gerade weil, bevor es endet im Buch, hat man eine sehr, sehr große Auseinandersetzung, eine gesellschaftspolitische Auseinandersetzung, wie Geld in der Welt funktioniert. Und es wird sich da mit verschiedensten Theorien dann noch beschäftigt, wie man, also warum Geld schlimm ist oder warum Geld so viel Leid verursacht hat in der Welt. Und all diese Auseinandersetzung gibt es in der Serie so gut wie nicht. Ein bisschen angedeutet, aber nicht so kritisch und so stark auseinandersetzend, wie das im Buch stattfindet. Und dadurch, dass das quasi so ein bisschen so der Vorlauf des Endes im Buch ist, denkt man dann auch über das Ende an sich, wie es dann am Schluss eben endet. Und noch länger darüber hin nach, ob das, wie es sich John vorgestellt hat, auch tatsächlich so klappen, klappt quasi die Prophezeiung. Ob sie wirklich damit jetzt erfüllt ist oder eben nicht. Das wirkt da einfach viel mehr nach. Und bei der Serie, da sah ich John so da und ist ja auch noch nicht mal mutig, weil sie es noch nicht mal konsequent machen, das Ende. Wie ist es im Buch, ist es ja wirklich sehr, sehr konsequent. Aber bei der Serie machen sie es auch wieder so Wischiwaschi, wo es wieder alles und nichts ist irgendwie. Und man, ja, dann sitzt man da und denkt sich, gut, jetzt ist es zu Ende und denkt auch nicht mehr so stark drüber nach. Ja, ich denke, das Ende in der Serie regt auf jeden Fall deutlich weniger zum Nachdenken an. Und ich hatte immer das Gefühl, dann wollen sie jetzt noch irgendwie ohne Vorlage eine zweite Staffel dann machen oder so. Ja, genau, das dachte ich auch. Also die Möglichkeit besteht und die besteht in dem Buch nicht. Und man könnte jetzt noch relativ viel dann darum spinnen, was eigentlich dann in der zweiten Staffel passieren könnte, was vielleicht im Buch angedeutet ist, in der Serie jetzt überhaupt nicht. Und dadurch hat man jetzt eben diese Möglichkeit, das zu tun. Ich glaube eigentlich nicht, dass es passieren wird, aber es ist nicht undenkbar, sage ich mal. Und dadurch ist es daneben, wie du schon sagst, auch ein bisschen einfach inkonsequenter. Ich möchte keinerfalls damit ausdrücken, dass das Ende im Buch gut ist. Also es ist schon, das ist einfach eine Krankheit von Eschbach aus meiner Sicht, dass er gute Bücher schreibt, aber keine guten Enden. Also seine Bücher enden eigentlich immer irgendwie unzufrieden. Ich dachte immer, das wäre Stephen King, der keine Enden befreien kann. Das kann auch sein, dafür habe ich zu wenig Stephen King gelesen. Aber das ist mir bei Eschbach bei ganz vielen Büchern aufgefallen. Aber damit habe ich mich arrangiert, weil er so, weil an sich dann so die Bücher bis zum Ende so viel Spaß machen. Anders wie jetzt der andere große Schwätzing. Bei dem ist es ja schon schwer, die Mittelteil zu lesen oder den Anfang manchmal. Und bei Eschbach ist zumindest das ganze Buch gut und manchmal ist das Ende okay. Das ist dann auch schon das Beste, was man erwarten kann, dass das Ende okay ist. Aber ganz oft verhaut er es dann noch auf den letzten Metern. Aber es ist nicht so schlimm, also dass man kann trotzdem mitleben. Ja, genau, hast du schön gesagt. Dann würde ich sagen, können wir uns eigentlich einem Fazit annähern? Oder hast du noch was, über das du unbedingt sprechen möchtest? Nein, mir fällt so nichts mehr ein. Danke. Dann würde ich einfach mit einem Fazit beginnen und dir das letzte Wort überlassen. Wie gesagt, ab dem 23.11. kommen, glaube ich, alle Folgen auf einmal auf Paramount Plus raus. Für mich ist die Serie eine relativ kurzweilige Finanzthriller-Serie, die deutlich weniger gesellschaftliche und politische Fragen aufwirft und zum Nachdenken anregt als das Buch. Und es gibt einfach ein paar Sachen, mit denen ich mich nicht so identifizieren kann und ich würde das Buch jederzeit vorziehen. Das ist aber, glaube ich, auch immer ein Problem, wenn man das Buch gelesen hat. Und darum kann ich mir vorstellen, dass wenn man das Buch gar nicht kennt, dass die Serie einem sehr gut funktionieren kann und man damit relativ gut Spaß haben kann. Genau, das ist eigentlich, ich finde es ganz okay. Es ist kein Highlight für mich, aber es ist jetzt auch kein, wo ich gedacht habe, ach Gott, oh Gott. Sondern so insgesamt kommt es eigentlich ganz okay bei mir weg. Wie sieht es bei dir aus? Also ich würde mich da anschließen. Ich glaube, wenn man das Buch nicht kennt, dann kann die Serie funktionieren, weil die Ausgangslage ja schon trotzdem irgendwo intelligent und kreativ ist. Ein Mensch, der auf einmal von jetzt auf gleich eine Billion Dollar erbt und dann sich überlegen muss, was macht man damit. Wenn man natürlich das Buch gelesen hat, dann weiß man ja, was er alles damit machen könnte. Man ist da ein bisschen vielleicht mehr Experte und in der Materie drin. Und dadurch kann die Serie nicht so gut funktionieren, einfach weil sie dann auch zu kurz ist. Man hätte entweder was Längeres machen sollen und sich dann näher ans Buch halten sollen. Jetzt ist das Buch auch nicht unbedingt einfach, weil es schon so recht dick ist und auch viele Sidequests hat und noch ein paar Verschwörungen drin eingebaut sind und man auch viel Politisches durchaus lesen muss. Trotzdem würde ich das Buch auch vorziehen oder zumindest empfehlen, dass wenn einem die Serie gefallen hat, also wenn ihr das Buch nicht kennt und ihr schaut die Serie und sie gefällt euch, dann holt euch das Buch gerne nach. Ihr macht euch dadurch auch nichts kaputt, weil Buch und Serie dann doch zu unterschiedlich sind, als dass die Serie das Buch großartig irgendwie spoilert. Also das ist nämlich nicht so und selbst wenn ihr das Buch jetzt gelesen habt, werdet ihr einige Dinge in der Serie wiederfinden, aber eben auch nicht alles. Ich finde die Ausgangslage spannend, sehr intelligent und gibt der Serie durchaus mal eine Chance. Das erwartet aber nicht zu viel. Es ist halt so ein Streaming-Exklusiv und was das bedeutet, das sehen wir ja ab und an bei Netflix, wenn die Geld in die Hand nehmen und was Exklusives drehen. Und so ist das hier auch. Es ist leider sehr weichgespült. Es ist nicht dazu da, dass man sich großartig gehirnmäßig anstrengen muss. Es ist halt schon irgendwie Blockbuster-mäßig easy. Gut wegzugucken. Gut wegzugucken. Ja, so eine solide Drei. Ja, das ist doch nett. Ich würde sagen, wir sind für heute raus. Folgt uns gerne auf sämtlichen Social-Media-Kanälen. Wir sind auf YouTube, auf Letterboxd, auf Instagram überall erreichbar unter der Tele-Stammtisch. Und damit bin ich raus und sage Tschüss. Tschüss. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semiprofessionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Überwertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.